Fertig? Naja 3, 2, 1, go! Boink! Warteschlange Wow, super Gefecht! Immer noch Warteschlange Nee, wir haben so als... Ich bin ein kleiner Achtermedium, mein Gegner ES7, FV215B, T110E4 Die anderen haben aber mehr Rot in ihrem Team Das müssten wir gewinnen Die anderen haben mehr Rot im Team Das müssten wir gewinnen eigentlich Immer noch Warteschlange? Tja Ja, wo fahren wir denn hin? Was ist das für eine Map hier? Verstecktes Dorf? Ich kenne die gar nicht Die ist so ätzend, Alter Wo muss man denn da hin? Ich kenne die gar nicht Aber nicht, wenn ihr mit so einem... Nicht mit dem hier Gucken Wo fahren wir hin? Sag mal eine Koordinate Der wird bestimmt versuchen durchzukommen Sag mal eine Koordinate, wo wir hinfahren Äh, ich verteidige F0 Hä? Echt da hinten? Wie hab ich verarscht, ey! Ich würd dich nicht verarschen, ey Das ist immer böse Unterstellung Ey, sag mal, wo ich hinfahren soll, Mann! Ich kenn die Map nicht, Mann, du! Ich schieße dir einfach sagen, dass ich dich verarschen würde Jaaa Ich schieße dir einfach in den Arsch, ey Was soll das denn? Wie kommst du denn hier? Oder ein Verarschen? Ich schieße dir einfach in den Arsch, Burschi Gell? Gucken, ich geh mir nachher die Arti holen Arti Schocke? Ja klar, den 1375 schießen die eh ab. Was ist denn hier los? Man hat schon wieder 30 Sekunden Warteschlagen mit dem nächsten Panzer, nachdem ich bei einer Minute abgebrochen hab. Tja. Und by the way, er hat's willkommen, äh, let's play und so, ne, wisst ihr ja Bescheid, ne, tschöö. Ey, was schießt du denn hier ab? Unglaublich. T-54 hockt da irgendwo vorne. Da ist irgendwo einer, der hier ganz schön spottet. Ich kenn die Mappe nicht. Wir haben einen Fahrer zurück, nicht der hochfahren. Ich guck ja nur, da ist der. Der T-54 soll mich abknacken, ah lol. Ich war jetzt Lightfick auf Himmelsdorf. Ich kenn die Map absolut nicht, ich bin, äh, Ich hab das Spiel übrigens noch nie gespielt, deswegen hab ich auch ne Ausrede, warum ich's nicht kann. Jaja, Omnic, dat, dat wissen wir ja, dass du dat nicht kannst. Ja gut, ich mein, das, das nicht können, das dokumentieren ja der Displays. Achso. Wie war deine Efficiency? Quasi. Ach, dat war der Pletty mit 124, ne? Hahahaha! Ich hab 1111 oder so, was hab ich da? Ja, 1111, Schnappszahl hab ich. So fahr ich auch. So, das möchte ich hier ganz klar merken. Ganz klar merken, möchtest du, dass du hier, Knappsmäßig fährst. Ja, dem T-15 hab ich den Helm geballert. Achso, gehört sich das. Kommt, T-54, zeig dich. Warte, warum ist die, da ist der wilde Hundesong. Ja. Alter, gut, was ist das für ein Lemmings-Train, oh mein Gott. Le train de Lemmings. Na ja, ein T-2 dürfen doch dumm sein. T-2 dürfen doch dumm sein. Hey, wie ich gesagt hab, ne? Oh, ich hab den E4 in den Wirkungstreffer gemacht. Ich weiß es nicht, Chef. Dann fahr mal besser hier weg. Ich hab, meine Hand tut weh von uns. Da oben steht noch der E4, ja? Und Reinmetall auch noch. Aua. Eigentlich ist das, äh, von den Leuten aus der Stadt das Thema. So, dann wollen wir uns noch mal rein. Oh, da oben ist Arti. Na, die kriegen wir nicht. Ich hab doch tatsächlich den FV abgeschossen. Ah, ist wieder eine schöne, dreckige Lache, ne? Ich muss gar nicht, wo ich bei mir hier durchkomme. Ja. Haben die noch die Arti? Nein. Nein, ach, da ist nur noch der, der Löwe. Der Löwe nur noch. Ui, ja. Ja. Haben gewonnen, ne? Hat's ja richtig gelohnt hier. Na ja. Das hat's ja richtig gelohnt da. Ja, wie viel hab ich denn? Naja. Nächstes Mal war ich halt schlecht, aber mit dem Panzer kommen wir einfach nicht zurecht. Na, egal. Man muss ja auch mal auf und zu lernen. Ja. Dann danke fürs Zuschauen und, äh, äh. Bye, bye. Ja. Tja. Haha. Ha. Tortenkl agreements ja auch Porten WHAT Com ist Ulg und der